So, hi Leute und herzlich willkommen hier bei Let's Play Force. Ich bin euer Neonatorer und zusammen mit der Delta, Blue Vault, Panos, Nick und unserem Special Gast Basti spielen wir Grid 2. Naja, mit Basti spielen wir nicht Grid 2. Hallo und er wird sich das vielleicht auch demnächst holen. Genau. Warum hast du einen Dodge? Was ist das überhaupt für ein Rennen der? Ich hab's doch mal alles drin. Warum hab ich einen Dodge? Ich wollte vergessen, es hat mich lauter aufzuwählen. Fuck. Aber vergessen auch auszuwählen. Ja, auch ein bisschen. Und wie sie rammen, wie sie rammen. Kops noch gesehen. Hab ich leicht durchgeschwindet, irgendwie. Nicht auch irgendwie, ne? Das mit dem fetten Dodge. Die Fahrer mit dem fetten Deutsche, ja? Oh, ganz sorry. Wir bringen es da, oh ne, oh ne, oh das darf nicht wahr sein. Ja, sorry, das mich nicht dreht. Tut mir aber leid. Das ist nur leicht berührt, mein Auto ist halt nicht so gut zu wünschen gedacht. Ja, meine Siehe ist schon, und wenn man hat das, dann trifft es ja. Mein hat halt auch gut zu gewünschen, aber wieder gerade gewohnt. Da war man auch nix gegen. Wie fahrt die denn? Delta! Nein, ich hab dich gar nicht angerührt, Junge. Komm, ich hab dich nicht angerührt. Alter, ich hab dich gar nicht angerührt. Ja, das ist einfach mal so. Bei einem ist was, bei dem anderen ist gar nix. Ja. Nee, du musst einfach ein bisschen aufpassen, wenn du überholst. Lass dich mal einmal das überholen und überhol auf der Geraden, ne? Ich hab ja gerade aufgepasst. Ich hab extra noch die Handbremse benutzt, um dich nicht zum Rammen. Ja, anscheinend genau das Gegenteil passiert, ne? Ob ich's mir voll reingerutscht, ne? Wäre richtig geil, wenn einer von euch mich gleich einladen kann. Ja, mach ich gleich. Ja, die sind sofort. Das ist nur drei Runden, ist gleich fertig. Wir sind auch in der ersten, aber auch egal. Mach doch sofort 23 Rounds. Alter, wie mich da wegficken will ihr halt. Wow! Da hat der die Mühle nicht entdeckt. Nein, nicht ich, der andere. Aber der hat mir die Straße weggeschüttelt und bei dem Wald reingekracht. Neck, warum hol ich auf? Weil ich mich in den Zeug setzen musste. Und in diesem Kreis... Alter, ich bin AndroidX selbst mit Dodge besser als die meisten anderen. mit guten Autos, ne? Passt sich doch nicht geil, wenn wir den mal aufgeholt haben, ne? Nein, frag mich so, hä, das... Never ever bin ich so gut, Alter. Da muss was passiert sein. Ja, richtig. Dann frag man dich einfach, warum hol ich auf? Kannst du, wie wir denken, jetzt was passiert? Das ist auch nicht. Tja. So, Leute. Erzählen wir mal, wie Neo fährt, wenn er das falsche Auto wählt. Trotzdem gut, irgendwie. Zwar nicht ausgezeichnet, aber gut. Weins gefällt mir am Dodge und das ist irgendwie die Beschleunigung. Ähm, Beschleunigung? Irgendwie schon, ja. Hat der Dodge denn so ne krasse Beschleunigung? Das sollte er ja eigentlich rein theoretisch die ganze Zeit nur driften. Tut er auch. Er hat ja viel Leistung und die Beschleunigung hat man ja gepimpt. Ich hab ihn ja als Driftcar gepimpt auf Beschleunigung, ne? Noch ein bisschen zu früh eingebogen. Was für ne Platzierung hast du, Neo? Fünf. Fünf, okay. Soll ich den Vierten ein bisschen aufhalten für dich? Ja, das wär nett. Weil den C hat dann nett. Ja. Komm mal her, bitte. Hilf mir mal. Alter, ich hab was besseres zu tun. Alter, Panos, mach mal. Komm, Panos. Du wirst nicht fünfter. Nee, danke. Du wirst nicht fünfter. Komm her jetzt. Alleine kann ich das bestimmt nicht. Du darfst auf zweiter bleiben. Ja, ja, komm. Das ist, ey. Das ist, weil Panos uns nicht vertraut. Nee, das ist, weil Panos unbedingt Snickers überholen will, obwohl er ganz genau weiß, er kann's nicht. Letzte Runde, Panos. Muss ich das alleine machen? Ja, leider. Zur Umfrage. Haben wir das schon mit den Lackierungen gemacht? Nee, leider noch nicht. Kommt erst. Ja, bis jeder hat, dass alle Autos hat und so'n Kack. Na, es geht nicht drum, bis jeder alle Autos hat, aber am Bar-Autos werden wir jetzt schonmal gemeinsam tun, ne? Neo, beeil dich. Ja, ich geb' alles, ne? Das weißt du. Hab' ihn gedreht. Okay, versuch noch mal. Du hast gleich noch mal. Du musst dich aber beeilen, die Runde ist fast zu Ende. Ja, ich geb' voll das. Du bist fast zu Ende. Alter, wir haben Zeit. Ich bin gleich grad mal bei der Hälfte der Strecke. Jetzt bei der Hälfte grad mal. Okay. Oh, Mann. Ja, nur weil Panos so'n Lutscher ist. Und nicht hilft. Nee. Ja, das passiert's halt, ne? Nee, das passiert... Ich fährt da und nur Fünfter oder sowas. Nee, das würde nicht passieren, denn wir zwei könnten den ficken. Und zwar derbe. Das ist Panos auch alleine. Aber Panos fährt jetzt natürlich alleine vorne. Kein Teamwork. Ja, aber... Der Panos ist viel zu weit vorne, ganz ehrlich. Nee, der war vorhin bei mir. Der war vorhin beim Delta. Ich hab's ja auf der Merke gesehen. Aber Delta, du holst dich schön auf, ne? Selbst da war er schon... Ja, natürlich hol ich den auf. Und ich auch. Okay. Er macht Fehler, weil er ganz genau weiß, dass ich den Rahmen will. Weiß er, glaubst du, warum? Scheiße. Scheiße. Musst du mich zurücksetzen. Überhol den Delta. Ich mach erstmal eine Person zufügt. Fahr auf dein... Fahr auf dein Sieg hier. Lass mich zurück, Delta. Gut gemacht. Oh, Delta Dritter. Na klar doch. Ich bleibe mich dann sofort rein, wenn wir in der Lobby sind, ja? Wir schaffst nicht mein Ziel. Aber trotzdem sind es auf Platz. Genau, ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Für das, dass ich mit der Karre gefahren bin. Dass hinter mir zwei getürmte Julietas sind. Wenn die ein bisschen langsamer gefahren wären, den hätten wir gedreht und du wärst Förder gewesen. Ja. Na, das wär richtig geil gewesen. Der hätte wäre, wenn... Schauen wir mal, dass wir Bluewald hier einladen, ne? Ja, ist so. Jupp. Ist so, das ist Pokémon. Ne, ist halt so. Ich glaub, dieser Armee hasst mich schon. Ja, ja. Ja, ja. Ich hab's schon denken, so blöder Italiener. Was hat denn ein Problem mit mir? Warum dreht er mich dauernd? Ich hab's gehört mit Panos aber auch schon hier. Da waren wir in der Lobby mit Fassen und Deutschen. Ich bin schneller als einer. Mich lässt er vorbei. Mit Panos hat er gerammt. Ja, das ist normal. Ich mein, du siehst eine griechische Flagge. Ja, richtig. Weil er eine griechische Flagge drin hat. Ja, ich mach's schon. Ja, Freund einladen. Machst du Panos? Ja, ich mach das. Sehr geil. Aber wenn Panos sowas macht, geht immer schief. Soll ich das nicht lieber machen? Ne, schaffst du schon. Axel ist mein Home mit zwei, also. Wir fahren eh nicht drifft, oder? Ne. Kann ich mir ne neue, wunderschöne Karre hier testen. Die gar nicht noch getunt wird, aber derweil schaut sie einfach mal geiler. Ja, Level 16, kennt man gar nicht. Hast du gezockt, oder was? Ja, die Session ist nicht mehr verfügbar. Achso, ja, ich muss so weit, ist gerade voll alles. Oh, shit. Aber du bist in unsere Party drin, oder? Kannst du jetzt noch nicht weitergehen? Ja, trotzdem. Bedeutet, sobald jetzt einer rausfliegt, ist halt voll. Boah, Delta Level 21. Oh, ja. Oh, Gott. Ja, Alex, du bist ja schon über 30, ne? Ja, er hat aber schon lange nicht mehr gezockt mit, wa? Ja, zumal ich für ihn gezockt hab. Innerhalb zwei Nächte auf Level 30 gemacht. Ne, ne? Doch. Nick hat für ihn gefahren. Also, Blue Vault ist so ne kleine Schlampe, denn sein Account hatte schon jeder. Aber er kann fahren. Ja. Weißt du was? Meine Karte ist in Battlefield, die hatte aber noch nicht jeder, ja? Ah, schick das geil. Ja, das stimmt. Besonders in Battlefield 4. Okay, das Musiko bin ich von der Farbe her. Alter, Nick, warum fährst du sowas? Ich wollte schon verzeigen, das auch nicht. Alter, schau dir scheiße aus. Warum hast du so was fährst? Ne, 100 Tore bitte nicht Rahmen. Ja, ich hab's nicht gleich gesagt, dass du Ketter. ähm, 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 ähin. Ich ziehe mich. Und schneller. Boah, Alter, was ist Psychopath. Uoah, Alter, was hier abgeht. Das war der Arme, der, dem wir fallen, die nicht fallen geredet hat. Hat er Rachgenommen. Anscheinend. Ne, guckert hier aus, aber nicht gesagt, dass man kann mal auf das Ressort, wer sonst mitfahren. Ich weiß nicht mehr. Wollte ich nur mal zeigen wie er aussieht. Einmal abkürzen, weil's so schön ist. Boah, Delta, fick dich! Was denn, ich hab doch nichts gemacht! Ja, blockier mich, Leo, ist richtig. Ich hab doch gar nichts gemacht, Junge. Ja, ich fahr nicht mehr rein. Wenn du jetzt mal gucken kannst, bleibt man. Ich hab's nicht selbst noch mehr gemacht, da war ich in der Tür hin, wo ich dich wegramm. Aber dann kommst du ja von rechts angetrödelt. So, und jetzt bitte viele, die das nicht verstanden haben. Vor lauter Lachen hat man jetzt gar nichts verstanden, Delta. Dafür krieg ich abkürzen am Arsch. Geht doch mal gut. Ich aber auch, ey. Voll für den Arsch. Junge, hau ab! Scheiß Wichser, ey. Oh, einmal scheiß abkürzen. Alter, wie ich gerade abziehe. Wie kannst du mich denn mit... Camaro hier abziehen? Ich hab's gesagt, ich werd diesen Hack, werd ich runterladen. Dieser Nos-Hack. Was ist das? Dann hab ich Nitro und ihr nicht. Hey, ich war scheiß Pena, Mann. Es gibt nen Hack für Nitro, oder wat? Ja, natürlich. Ja, Delta ist so gut, dass du so was aufbauchst. Schneller als die Polizei erlaubt. Alter, nick, du holst auf. Ey, Alex, du kannst beitreten. Ich hab' schon wieder abkürzt. Ach, kack, ich hab' zu früh eingeladen. Du auch, gell? Ja, hab' irgendwie nicht drauf geachtet. Ich hab' auch gerade geguckt, wer die Spielliste verlassen hat. Da kann man auch gar nicht mal schlecht sein. Boah! Boah! Bisschen mehr draus. Auch schon wieder schon wieder abkürzen, Junge. Dann hab' ich einfach halt drüberraut, oder was? Mann, ey. Ich hab' hier so auch scheiße, ey. Ja, irgendwie schon, ne? Ich hab' echt fürs abkürzen gemacht. Kann's überall abkürzen. Hahaha. Boah! Hat er mich gerammt, dieser Idiot. Aber extra. Also die Lockierung muss sich auf jeden Fall ändern, ey. Die japanische Braut sieht auf jeden Fall aus wie ein Zombie. Hast du wieder eine Skyline auf deinen Skyline? Ne, leider nicht, aber es kommt. Tja, zieh' ich erst mal ein paar Leute hier ab, ne? Ja, ja, das ist nicht dein Camera, nicht mehr normal. Ja. Was ist das für eine Schuss? Oh, wie ich abgekürzt hab' und nichts dafür bekommen hab'. Ja, das passiert mir auch so oft. Und wenn ich dann nicht abkürz' dann krieg' ich Abkürzung. Wie lange fahrts da denn noch? Ähm, eine Runde noch, ne? Ganz kurz. Ich hab grad Spaß, die Leute, derber rammend. Alter, das ist grad irgendwie langweilig hier für zu schauen, glaub' ich, gell? Ja, Neo, brems mal ein bisschen. Wir sind knapp hinter dir. Ja, ich weiß, dass Nick hinter mir ist. Ich bin auch hinter ihm. Ich hab' ein schöner Mal. Ja. Tja, größter Konkurrent. Der Level 1er ist raus. Ja, der könnte mir nochmal den vorletzten Plätze schnappen, ne? Das wär' schlecht, ne? Ja, komm. Grid bin ich halt scheiße. Nicht versuch' mich zu kriegen. Ich spür' das gerade. Ich spür' seine Bicke im Kreuz. Ah, ich möchte von dir, dass du immer Delta ziehst, ja, den scheißen. Weil du es nicht kannst. Weil du es nicht kannst. Oh! Oh, fuck. Du hattest nur Glück, dass die zwei Amis mich dauernd hier gerammt haben. Tja, alter Scheiße. Oh, Neo, das war aber nicht so schön. Das war böse in der letzten Kurve, ja. Hat sich scheiße gelaufen. Kann man wohl sagen. Erstmal Delta zuschauen. Ja, genau, Delta zuschauen. Ja, machen wir mal mit. Oh, jawoll, nochmal den Kurve. Oh, ja. Ja, aber schön. Sieht aber auch aus so. Na, Delta, wie die Rameln. Du bist in den Wind reingefahren. Ja, ich wollte ganz rechts durch. Ja, alle ganz rechts. Jetzt war fest nicht links vorbei. So, schau' mal, was Outlaw macht. Nicht ins Ziel kommen, ne? Ja. Neunter Platz, nur weil dieser Ta und dieser Mega-Demo-Defi-Hund mich gerammt haben. Dritter Platz, nur weil es mich gedreht hat in der letzten Kurve. Ja. Ja. Die ganze Zeit erster. Keiner schafft es nicht. Mit dem Skyliner. Ich bin aber reingekommen. Ich bin aber immer wieder reingekommen. Ich bin nicht auch schön am Arsch kleben geblieben. Ja, ich weiß nicht. Ich bin nicht perfekt gefahren, ne? Du bist ja auch ein Arschkleber. Ich bin gut. Besser als du. Was ist denn mein Arschkriecher? 1 gegen 1. So sieht man, wer gut ist. 1 gegen 1. Ja, und ich hoffe, in der nächsten Folge sehen wir ein 1 gegen 1 gegen Delta. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Darf ich auch mitmachen? Ja, genau. Bye, bye.